Hallo zusammen, hier ist Alida. Ich arbeite als Fachfrau Hauswirtschaft im Spital Affolterre. Ich bin im dritten Lehrjahr und zeige euch ein wenig vom Berufsalltag. Kommt doch gleich mit! Jeden Tag sammeln wir Bewohnerwäsche und in der Lagerie werden sie sortiert, fachgerecht gewaschen und wir schauen dann, dass diese Wäsche wieder zurück zu den Bewohnern kommen. Was mir als Spital affoltern gefällt, ist, dass es ein kleines Spital ist. Es ist aber familiär und man wird von allen gut aufgenommen. Was man für die Lehre mitbringen soll, ist einen Sinn für die Ordnung zu haben, flexibel und belastbar sein, kontaktfreudig und teamfähig. Eine meiner Hauptaufgaben ist die Reinigung. Wir reinigen Räumlichkeiten und organisieren unsere Arbeit selbstständig. Wir teilen die Arbeit ein, reinigen zügig und gründlich. Im Service vorbereiten wir Anlass vorbereiten, Tisch decken und gehen auf die Wünsche der Gäste ein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt euch doch jetzt. Genau so ist das's das Bedingung, wir werden uns jetzt ein überleben. Dmitrius. Dmitrius. Ich bin mir purgeizt, Dmitrius.